Wir von Reckmann Dienstleistungen haben uns mit unserem Unternehmen in Bochum auf vielseitige Leistungen rund um Gebäudesanierung und Renovierung fokussiert. Zu unseren Schwerpunkten zählen unter anderem Fassaden, Heizungs- und Fenstersanierungen. Somit tragen wir für Sie in der Summe schon bald zu einem energieeffizienten Wohnen bei, das Ressourcen und den Geldbeutel schont und mit Fördermitteln vom Bund begünstigt werden kann. Unser Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre Wünsche bestmöglich zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, Ihnen ein Konzept für Ihr Gebäude zu präsentieren.